Wenn ich falsch lobe, geht das richtig nach hinten los. Da kann ich besser kritisieren. Lob, wenn wir loben, wir sprechen jetzt über Lob, dann erzeugt das Nähe. Alles in der Führung ist ein Wechselspiel von Nähe und Distanz. Ist uns das bewusst? Nähe und Distanz. Jede menschliche Beziehung findet in diesem Spannungsfeld statt. Nähe und Distanz. Wenn wir jemanden befördern, kommt er näher. Wenn wir jemanden loben, kommt er näher. Wenn wir jemanden Komplinent machen oder einen Brief schreiben, dann kommt er näher zu uns. Wenn wir ihn ausladen, wenn wir ihn nicht beachten, entsteht mehr Distanz. Ist das schlecht? Ist Distanz schlecht und Nähe gut? Nein, wir müssen nur wissen, dass es dieses Spannungsverhältnis gibt. Lasse mich Ihnen etwas dazu sagen. In diesem Spannungsverhältnis entwickeln wir uns. Zwischen Nähe und Distanz. Darin entwickeln wir uns. Das wird gleich vielleicht etwas deutlicher. Verstehen wir aber bitte alle Hilfsmittel? Alle fünf Hilfsmittel sind eigentlich nur Mittel, um zwischen Nähe und Distanz zu arbeiten. In diesem Spannungsfeld. Und in der Regel ist es gut, wenn wir Menschen etwas näher holen können. Und das können wir mit diesen Hilfsmitteln ganz gut machen. Wir können sie aber auch etwas auf Distanz bringen. Zum Beispiel mit dem Dritten, mit Kritik. Aber auch, wenn wir den Budgetplan richtig besprechen. Friedrich der Große. Hatte der eher so ein nahes Verhältnis zu seinem Vater oder nicht so nahes? Wo sind die Geschichtskundigen? Ziemlich distanziert. Und der Vater hat das auch noch befördert. Er hat nämlich seinen Sohn in den Knast gesteckt. Hat ihn gezwungen, ans Fenster zu treten. Und vor dem Fenster hat er seinen besten Freund erschießen lassen. Er hat gesagt, einfach damit du lernst, es ist nicht gut, sich irgend an jemanden zu nahe zu hängen. Die Lektion, wenn man Friedrichs Leben liest, hat er auch einigermaßen gut verinnerlicht. Keiner hat, glaube ich, so viele Kriege angezettelt wie Friedrich der Große. Warum wir ihn den Großen nennen, hat andere Gründe. Ein Beispiel für Distanz. Preußentum. Drill. Beispiel für Nähe. Kann Nähe zu nah sein? In unserem Führungsalltag. Wolfgang Job hat da etwas ganz Interessantes festgestellt. Er sagt, wenn jemand zu nahe kommt, werde ich blind. Wenn jemand zu nahe kommt, werde ich blind. Haben Sie das auch schon mal gemerkt, dass Sie blind sind? Dass Sie da nicht mehr so fördern können, wie es sein sollte? Professor Ennenbach, damals der Leiter der Bundeswehrhochschule, hat von einem Stachelschweinprinzip gesprochen. Er hat immer gesagt, flapsig etwas, wie vermehren sich Stachelschweine? Antwort, vorsichtig. Und hat dann erklärt, ein Stachelschwein muss es schaffen, dass sie nah genug aneinander sind, dass sie im Winter nicht erfrieren, aber nicht so nah, dass sie sich stechen. Und in diesem Spannungsfeld findet Führung statt. Nicht so nah, dass man sich sticht oder dass man blind wird, aber nah genug, dass etwas Wärme, etwas Nähe entsteht. Ein Nähe und Distanz, immer ein Korrektiv. Und diese Hilfsmittel helfen uns, dieses Korrektiv dann auch wirklich einzusetzen. Soll heißen, wenn wir hier Nähe haben, hier Distanz, dann könnten wir ja sagen, die Mitte wäre richtig. Aber wir sind immer entweder ein bisschen zu weit hier oder ein bisschen zu weit hier und deswegen steht das in einem Korrektiv. Wir können immer das eine benutzen, um das andere etwas zu korrigieren. Wenn deswegen jemand sagt, sag mir mal genau, wie oft ich kritisieren sollte, genau wie oft ich loben sollte. Ist viel loben zu viel? Ist wenig loben zu wenig? Das kommt drauf an. Das kommt drauf an, ob wir gerade zu nah oder zu distanziert sind. Oder unser Mitarbeiter von uns oder wir von ihm oder wir zueinander. Steve Jobs, von dem wurde gesagt, Steve Jobs ist wie ein Lagerfeuer. Jeder will nah genug sein, um warm zu bleiben, aber niemand so nah, um sich zu verbrennen. Es ist so, dass starke Führungskräfte von ihrer Person so weit entwickelt sind, so hart sind, dass sie für viele Mitarbeiter zu hart sind. Ich habe vor sechs Jahren mal mit Boris Grundl telefoniert und hat mir einen bemerkenswerten Satz gesagt. Er hat gesagt, wir sind zu hart, wenn wir normal sind. Das heißt, auf Seminaren spielen wir keine Rolle, aber wir haben dann schon eher unsere freundliche Seite ausgepackt. Im Firmenalltag sind wir so nicht. Und wenn Sie einen Milliardär kennenlernen, sehr nah kennenlernen, das sind so harte Hunde, die meisten würden das nicht einen halben Tag durchstehen. Ich habe Ihnen erzählt, dass mein Coach, Dan Peña, telefoniert hat, aufgelegt hat, Bodo, was habe ich gerade gemacht? In dem Ton. Das ist nicht der Modus, in dem ich gut nachdenken kann. Und wenn nicht sofort die Antwort kam, don't waste my time, verschwende nicht meine Zeit, antworte schneller. Das macht man nicht lange mit. Dann kriegen Sie Bauchweh oder sonst irgendwas und dann finden Sie irgendeine Entschuldigung, da wegzugehen. Nähe, Distanz, Nähe, Distanz. Es gibt so viele Menschen, die sagen, oh, mit dem, da würde ich gerne ganz eng zusammenarbeiten. Ich sage Ihnen was, das möchten Sie nicht. Die meisten von Ihnen nicht. Ich weiß das, weil ich diese Menschen erlebt habe. Und es gibt auch Menschen, mit denen ich nicht zu nahe arbeiten möchte. Zwei Merksätze zum Lob. Lob ist das wichtigste Hilfsmittel, um Menschen zu fördern. Ich glaube, damit ist das Entscheidende zum Thema Lob gesagt. Lob ist das wichtigste Hilfsmittel, um Menschen zu fördern. Wir erinnern uns, die wichtigste Aufgabe, Menschen fördern, Unternehmenszweck erfüllen. Also haben wir hier das wichtigste Hilfsmittel überhaupt. Ein einziges Lob von dir kann ein Leben für immer positiv verändern. Wer hat das schon mal erlebt? Dass ein Lob ihr Leben positiv verändert hat. Im Großen und Ganzen ist das, was Boris Grundl eben gesagt hat, was ich damals zu ihm gesagt habe, das waren übrigens 43 Grad. Auf Mallorca, 43 Grad bei diesen Seminars, war unmenschlich. Es war im Grunde genommen ein Lob, wenn Sie es genau überlegen, stimmt's? Es war keine Aufforderung, es war kein Drängen, es war ein Lob. Lob kann unglaublich viel verändern. Ich weiß nicht, ob das Wort Verändern richtig ist. Ich lasse es mal da stehen, aber eigentlich ist es Wecken. Eigentlich ist es Wecken. Du kannst ja nichts in jemanden hervorrufen, was nicht da ist. Also eigentlich müsste es heißen Wecken, aber das ist dann wieder etwas schwerer zu erklären. Wer erinnert sich, ich habe eben gefragt, wer erinnert sich an ein tolles Lob? Die anderen nicht? Denken Sie doch mal einen Moment nach. Erinnern Sie sich an ein tolles Lob? Sie brauchen sich nicht melden, einfach nur für sich, wenn Sie es haben. Wer erinnert sich an ein schlechtes Lob? Lob, ein richtig mieses Lob. Wie siehst du wieder toll aus heute? Da kann ich ja unheimlich viel mit anfangen. Oder in gewissen Verkäuferkreisen ist das so. Du bist ja ein toller Typ. Du bist ein richtig toller Typ. Haben Sie alle etwas, was Sie gar nicht gut finden? Als Lob, so noch im Gedächtnis und etwas, was Sie toll finden. Was ist denn der Unterschied? Warum finden wir das eine toll und das andere, obwohl es Lob war, ist eigentlich in unserem Gedächtnis noch schlimmer in Erinnerung als Kritik? Ist das nicht krass? Aber sehen wir daran nicht schon mal etwas ganz Wichtiges? Loben alleine ist es nicht. Ich muss es richtig machen. Wenn ich falsch lobe, geht das richtig nach hinten los. Da kann ich besser kritisieren. Das klingt übertrieben, aber es ist so. Was ist der Unterschied? Ich muss merken, dass es ehrlich gemeint ist beim guten Lob. Woran merke ich das denn? Völlig richtig. Die Frage ist nur, welche Qualität muss das Lob explizit haben, dass ich denke, es ist ehrlich gemeint oder das so fühle? Wann fühlt es sich? Ich brauche ein Wort. Emotional. Emotional. Ich brauche ein Wort. Den Unterschied, pass auf, wir machen es ganz klar, der Unterschied zwischen Schmeichelei, schlechte Lobe sind Schmeichelei, und klarem Lob, was ist der Unterschied zwischen Schmeichelei und Lob? Ehrlich. Bitte? Ehrlich. Ehrlich. Präzise. Der Unterschied, konkret, präzise. Wir müssen ganz präzise sein, ganz konkret sein. Wenn wir nur solche allgemeinen Plattitüden daherreden, kommt es rüber wie eine Schmeichelei. Aber ich finde, es muss auch noch echt sein. Natürlich muss es echt sein. Aber wissen Sie, das wissen wir gar nicht immer, ob es echt ist. Natürlich haben wir ein Gefühl oder nicht. Aber das Präzise ist erstmal noch das Wichtige, weil wenn ich das präzise mache, ist nicht viel Raum für Unechtes. Wir werden es gleich besprechen. Dann überlegen Sie mal, ob das stimmt, ob man durch eine gute Anordnung eines Lobs, durch einen guten Aufbau, nicht auch die Ehrlichkeit transportieren kann. Sodass es der andere auch fühlt. Was ist denn an der Schmeichelei so schlecht? Ja gut, sehr allgemein. Und warum ist das jetzt so mies? Man fühlt sich manipuliert, sehr gut, sehr gut beobachtet. Und warum? Weil wir gar nicht den Eindruck haben, gemein zu sein. Und wenn jemand etwas benutzt, ein Hilfsmittel, ohne uns zu meinen, dann meint er sich. Und seine Absichten und seine Ideen und das, was er vorhat. Schmeicheleien sind gefährlich. Wie oft sollen wir loben? Wir haben es eben schon mal angesprochen mit diesem Korrektiv. Das hängt davon ab. Es gibt ja Leute, auch in der Ehe, die sagen, ich habe dir vor 27 Jahren gesagt, ich liebe dich. Das muss reichen. Besonders in Texas. Das reicht nicht. Wenn jemand sagt, liebst du mich noch, was fragt der wirklich? Der will mehr Nähe. Der will mehr Nähe. Also wie oft sollen wir loben? Das kommt darauf an. Und ich würde sagen, es kommt auch darauf an, was sie für eine Persönlichkeit sind. Ich hatte Lehrer, wenn ich die gut fand, haben die wenig gelobt. Ich hatte einen Lehrer, Dr. Esser, der war einfach klasse. Den haben aber auch wirklich alle gemocht. Das war der, der mit Abstand am wenigsten gelobt hat. Wenn hat es gesessen, sonst hat er nicht gelobt. Du hattest aber den Eindruck, wenn er dich lobt, dann hast du es dir verdient und du warst stolz. Du hast den Eindruck, du hast etwas getan, auf das du wirklich stolz bist. Und so bin ich auch ein bisschen. Ich lobe vom Typ her, ich lobe eher selten. Wenn, dann bin ich davon überzeugt, dass es wirklich etwas sehr Lobenswertes ist. Ich denke, so Allgemeinheiten sollte man nicht loben, also ich nicht loben. Wie ist das denn mit neuen Mitarbeitern? Darf man so vorgehen? Antwort, nein. Deswegen führe ich auch in der Regel keine neuen Mitarbeiter, weil ich denen einfach nicht das geben kann, was sie brauchen. Das muss ich erkennen und dann muss ich das delegieren. Ich muss nicht alles alleine machen. Aber ich bin zu hart, weil ich zu wenig lobe, weil es mir einfach gar nicht in den Sinn käme, dass man so eine Kleinigkeit loben könnte. Und wenn käme ich mir schäbig vor? Das macht meine Art nicht richtig. Sie haben Ihre, erkennen Sie, dass es Ihrer Persönlichkeit entsprechen muss. Wenn Sie sagen, ich habe oft das Bedürfnis zu loben, dann tun Sie das. Schauen Sie dann nur bitte, dass Sie nicht in das eine oder andere Extrem fallen. Ich muss aufpassen, dass hier nicht so viel Distanz entsteht. Mir hat noch kein Mitarbeiter vorgeworfen, dass er mir zu nahe stünde. Und andere müssen aufpassen, dass sie nicht so viel Nähe aufbauen, weil sie dann blind werden, weil sie dann nicht mehr richtig fördern können. Untertitelung des ZDF, 2020